Der neue Tamiya Carson Truck Katalog ist da, brandfrisch, wie immer mit seinen 130 Seiten und wie immer in der bekannten Tamiya Carson Qualität, wo über alles schön sauber detailliert informiert wird, mit Beschreibungen oder einfach nur Empfehlungen, wie man am besten lackiert oder grundiert, das ganze Zubehör, was benötigt wird, Tuning-Tipps, über Getriebe, wie das aussieht, zusammengebaut, Antriebskonzept erklärt, also alles rund um den Tamiya Carson Truck Bereich. Schön bebildert, gute Qualität. Den Katalog können Sie ab sofort in unseren Online-Shop erwerben. Hier ist die Artikelnummer. Viel Spaß beim Stöbern!